Wo ist euer Boss? Wenn ich es sage, bringt sie mich um! Sagst du nichts, bringt er dich um. Sie ist in dem Herrenhaus. Dem mit den Gärten. Gehen wir? Auch ihr besitzt eine verborgene Klinge? Dachtet ihr, ihr wäret der Einzige? Nun ja, vermutlich. Wo habt ihr sie her? Eine Spende der Bruderschaft. Auf der. Unter Einsatz war ein Erfolg. Die Armee könnte jetzt jederzeit aktiv werden. Gut. Uns fehlen die Männer in New York, um uns um die Banditen zu kümmern. Mit ein wenig Glück sind wir sie jetzt endlich los. Ich mache mir mein Glück. Jetzt lasst uns der Schlange den Kopf abschlagen. Sir, ich bestätige. Die Frau ist im Haus. Perfekt. Zeit, sie auszuräuchten. Ich gehe rein und hole sie. Nachhören! 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 Die dürfen nicht siegen! Tötet! Vorwärts, Männer! Nachhören! Wir haben alles, was wir brauchen. Nun erwartet mich der Chevalier. Hopp. Bon voyage. Das wurde auch zart. Schade, das ist so endet, Chevalier. Ihr wart ein braver Bursche. Schade, das ist so endet, Chevalier. Schade, das ist so endet, Chevalier. Schade, das ist so endet, Chevalier. Was ist das, was wir tun? Ihr habt weit mehr Ausdauer als erwartet, Jack. Was ist das? Gift. Blähmt mein Herz. Ich muss weg hier. Es hilft. Bewegung hält mein Herz in Gang. Stopp right there! Ich muss hope finden. Ein Gegengift. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war ein Groner! Das war ein Groner! Es geht los. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Ihr gebt nie auf, vor der Schild. Stop! Das geht mit euch zu. Dream on, maggot. You won't escape us. Das geht mit euch zu. Das geht mit euch zu. Spät. Schon wieder Shane. Hoop. Ich wollte das nicht tun. Ich trainierte euch dafür. Ich habe es nicht anders erwartet. Warum? Um Liam Zeit zu geben. Bald ist der Chevalier auf dem Weg zur Vorläuferstätte. Ich werde ihn aufhalten. Er wird dich erwarten. Schade. Ihr hattet so viel Potenzial. Schade. 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 Untertitelung des ZDF, 2020